Sternkreisel mit tollem Kreise-Effekt von Komet, logischerweise ein Klasse 2 Artikel, der Hersteller ist SL und der Importeur Komet. An sich ein relativ cooler kleiner Artikel, in der Mitte eine kleine Fontäne und außen rum kleine Röhrchen, in denen dann hier diese kleinen Kreise ausgestoßen werden. Hier mit tollem Kreise-Effekt steht er hier auch. An sich, wie gesagt, ein witziger kleiner Artikel, ich kann das ja hier mal ein bisschen aufmachen, dann sieht man schlecht die Röhrchen. Ich weiß nicht genau, ein bisschen kann man es sehen. Ich möchte es jetzt euch abmachen, in der Mitte die Fontäne und außen rum dann halt hier die ganzen Röhrchen, wo dann die Kreise drin sind. Gut, würde ich sagen, gehen wir mal testen. Boah, angenehm. Und wie gesagt, hier nochmal in der Mitte die Fontäne und außen rum dann halt die Röhrchen, wo dann halt diese ganzen kleinen Bienen rausgeschossen sind. finde ich. Vielen Dank.